Da ist schon Cobbled Deep Slate. Äh, Deep Slate ist es nicht Cobbled. Cobbled ist es erst, wenn ich ihn abbaue. Ja, ja, ich muss ja hier auf diesem Kanal wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, wie ich die Dinge bezeichne oder was ich erzähle, weil ich weiß zumindest ein paar Augen beobachtet mich mit argwohn und sagt, der, der verbreitet fällen muss. Das gefährdet die Sicherheit der Welt. Das muss ich der CIA melden. Ja, bisschen, bisschen, bisschen. Und wie immer reserviere ich mir natürlich das Recht, mich hier zu zensieren, wann ich will, wenn ich merke, dass irgendetwas nicht korrekt ist. Warum sollte man eigentlich, ah ja, wurde ich auch für kritisiert, aber nicht vom Vogelhäuschen, sondern von jemand anderem, der mich wiederum privat angeschrieben hat, der halt meinte, er findet es nicht fair, er findet es nicht fair, wenn ich, äh, mich selbst zensiere, wenn ich etwas Unwahres gesagt habe. Es kann passieren, dass einem etwas rausrutscht, äh, ja, dass ich im Nachhinein als Unwahrheit rausstehe. Zum Beispiel, ähm, habe ich in einer Let's Play mit Freunden Folge, äh, doch tatsächlich, äh, Apple mit Sun verwechselt und habe, äh, sozusagen gesagt, äh, dass Apple Java, äh, äh, besitzen würde und hergestellt hätte. Also, äh, und das habe ich natürlich auch, habe ich gesagt, Zensur wegen, selbst Zensur wegen, äh, äh, Verbreitung unwahrer Geschichten. Warum soll ich irgendetwas, wo ich selber beim Anschauen oder, äh, sogar nach dem Sagen, äh, feststelle, äh, Alter, du redest Scheiße oder du hast Scheiße geredet. Warum sollte ich das drinnen lassen im Video? Nur damit sich irgendein Vögelchen darüber aufregt und sagt, äh, ich da war nicht so, dann mache ich das doch lieber raus. So. Ja, das sind so die Problematiken, mit denen ich zu kämpfen habe und liebe Let's Player Aspiranten da draußen, ähm, macht euch darauf gefasst, dass ihr unter Umständen, unter ganz großen Umständen, nein, gar nicht mal unter großen Umständen bei. Ich habe eigentlich ähnliche Geschichten von allen Let's Playern, die ich kenne, inklusive dem größten und heiligsten Let's Player namens Gronkh, Erik Rangel, äh, Erik Gronkh, Rangel, sagt man eigentlich dann, ähm, habe ich gehört, dass es ähnliche Phänomene gibt. Backseat Gamer, äh, Kackenkinder, wie es Gronkh genannt hat. Äh, du hast da Kohle übersehen, du hast da Eisen übersehen. Ja, natürlich gibt es einige Spezialisten, die wie ein Pickel am Arsch hinter einem Heer hetzen und jeden, äh, falschen Ausspruch und so weiter auf die Goldwaage legen, äh, und selbst nicht nur falsche Aussprüche, sondern auch wenn man ganz einfach Fakten aus dem eigenen Leben erzählt, wo man dann zu hören kriegt oder zu lesen bekommt. Nein, das hast du nie erlebt, weil, äh, ich das nicht erleben durfte. Wenn ich das nicht erlebt habe, dann kannst du das gar nicht erlebt haben. Ja, sehr geil. Das sind so Menschen, die man liebt. Man möchte sie zu Tode drücken. Nein, keine Drohung. Sehe ich aus wie jemand, der jemanden drohen kann? Ich bin doch nur ein kleiner Honk. Tja. Ich wäre dazu gar nicht imstande irgendjemandem irgendetwas zu tun. Glaubt mir das. So. Äh, ist schon fast das Inventar voll mit allen guten Sachen, die das Leben schöner machen. Okay. Aber trotzdem, möge das sein, wie es ist. Hier oben ist immer noch genügend vom begehrtesten Stein der Welt drin. Ja, und wenn du hier gerne guckst und, äh, es noch nicht weißt, ja, es gibt eine Let's Play Serie mit Freunden. Die hat eine einigermaßen turbulente Historie hinter sich. Einige Freunde haben sich inzwischen als, naja, sagen wir mal nicht Freunde erwiesen. Und deswegen hat es einige Umbesetzungen gegeben. Aber jetzt schon seit ziemlich, ähm, geraumer Zeit ist es stabil. Der Herr Kittenkurmler, der Tobi alias Tobi Pig. Ich finde den Namen nicht passend, weil du bist kein Schwein. Und, äh, der liebe Kevin, äh, und, äh, Herr Kittenkurmler, äh, nimmt auf und macht, äh, auch einen Let's Play Kanal. Erst einen sehr kleinen. Und ich, äh, fordere euch hiermit auf, nein, ich befehle euch hiermit, ähm, beim Herrn Kittenkurmler, beim Hittenkurmler vorbeizuschauen, äh, ihm ein Abo zu geben, äh, und ganz viel Liebe. Er hat es verdient. Also ich verlinke hier mal den Kanal vom Herrn Kittenkurmler, äh, und, äh, ja, ich weiß nicht, ob man in so kurzer Abfolge auch, äh, zwei Kanäle verlinken kann, also zwei Infocards machen kann. So ein großer YouTuber bin ich noch nicht, dass ich das weiß. Ich bin ja nur ganz klein. Ich bin ja erst zwölf oder so. Äh, äh, der liebe Tobi, der hat auch einen noch viel kleineren Let's Play Kanal mit noch viel weniger Abonnenten. Bei dem dürft ihr auch ganz gerne mal vorbeischauen. Ich werde die beiden Kanäle auch, wenn ich dran denke, in der Videobeschreibung verlinken. Wenn nicht, macht mich drauf aufmerksam und sagt, ey, Honk, du alter Sack, du hast, äh, versprochen und vergessen. Weiß gar nicht, wie du so gute Kollegen haben kannst, wenn du denen so in den Rücken fällst, dass du es nicht verlinkst, dass du sie nicht verlinkst. Aber das sagst, äh, also ganz im Ernst oder auch im Horst, äh, Entschuldigung, Horst, die, nein, äh, so ist das nicht gemeint. Äh, Alter, ich komme hier schon komplett durcheinander, weil ich hier so ein Blödsinn rede. Ähm, also, äh, sagt mir ruhig Bescheid, falls ich es vergessen haben sollte, äh, Tobis und Herrn Kittenkorn das Kanal in der Videobeschreibung zu verlinken. Geht vorbei, bringt ganz viel Liebe mit, gebt ihnen ein Abo, sie können, äh, sie können es gebrauchen. Der liebe Kevin, der dritte im Bunde, äh, hat leider noch keinen Let's Play Kanal, weil ihm auch seine Rechnerausstattung nicht erlaubt, äh, das zu machen. Ähm, ja, ne, er kann einfach nicht aufnehmen momentan. Wir hoffen alle, dass das irgendwann mal passieren wird. Gut, ja, und, äh, schaut gerne mal bei unserem Let's Play mit Freunden vorbei, äh, ist ein bisschen mehr Chaos als hier. Klar, äh, wenn drei Chaoten statt einem Chaoten unterwegs sind, dann, äh, gibt es natürlich mehr Chaos, ne? Je mehr Leute, desto mehr Chaos. Ah, hier war ich, ja genau. Das wollte ich mir nämlich noch holen, das Zeug. Und ich gucke noch mal ins Inventar. Ja, alte Spiele, wir haben noch, äh, reichlich Platz. Und den will ich möglichst füllen. Naja, vielleicht auch nicht. Äh, wie viel ist aufgenommen? Oh, 49 Minuten. Alter, schon fast wieder eine Stunde. Ja, seit wir hier sind. Oh Mann. Ja, und wann geht's wieder ins Wald anwesen? Äh, also heute nicht. Heute fühle ich mich nicht so, als, äh, wollte ich, äh, da in einem, naja, obwohl, ihr wisst ja, äh, es ist ganz normal für mich, dass ich ganz zum Ende der Aufnahmesitzung, wenn mir eigentlich schon keiner mehr was zutraut, noch mal richtig Randale mache. Äh, das ist durchaus möglich. Sehe ich zu müde aus, kann sein. Ich schlafe auch in letzter Zeit seltsamerweise nicht so gut. Dafür umso länger. Aber keine Sorge an diejenigen, die mich lieb haben. Äh, hier ist alles gut soweit. Ähm, ja, ich kann auch sagen, mal wieder eine kleine Beziehungskrise, aber die ist wirklich klein im Vergleich zu dem, was früher war. Da gab's ein kleines Missverständnis. Äh, um ein Wochenende. Äh, Kevin, du bist schuld. Denn das Ding ist, ähm, meine Liebste hatte leider wohl nicht mitbekommen, dass ich, äh, am letzten Freitag mit dem Kevin aufnehmen wollte, obwohl ich mir das zwei Wochen vorher schon angekündigt hatte und auch hinterher gesagt hatte. Und, äh, ja, da gab es jetzt eine leichte Verstimmung. Äh, weil sie sich auch ein bisschen blöd geäußert hatte und, äh, also, was doofes geschrieben hat. Über Messenger. Ja, während der Woche sind wir nur über Messenger in Kontakt. Ähm, seit wir, also, es ist meine Langzeitfreundin, mit der ich so, so, so lange Zeit zusammen bin. Und jetzt fragt sie sich wahrscheinlich, warum nur Messenger? Wohnt ihr denn gar nicht zusammen? Wir haben mal zusammen gewohnt, aber dann, ähm, wurde es ganz schlimm mit meiner Depression damals, äh, 2015, 2016. Und, äh, ich kann heute verstehen, dass sie sich dann eine eigene Wohnung gesucht hat und, ähm, ja, äh, erst mal Abstand brauchte, denn ich war im, äh, in der Rückschau auch für mich, äh, unerträglich. Äh, äh, ich archiviere so meine E-Mails und meine Messages und so weiter und so fort. Und wenn, als ich reingeguckt habe, sozusagen in den Spiegel der Vergangenheit, äh, äh, da habe ich mich nicht nur geschämt, sondern, äh, ja, ich habe gar nicht so viele Hände, wie ich Facepalms machen kann und, äh, ja, und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kann. Es war einfach schrecklich. Ich war ein schrecklicher Mensch. Aber so ist das halt nun mal, äh, wenn deine Psyche zusammenkracht, äh, dann kann alles passieren. Kann man schon froh sein, dass irgendwie keine körperlichen Geschichten passieren. Ich kenne da ganz andere Geschichten. Ich habe ja schon mal erzählt, ich kümmere mich, äh, seit es mir wieder besser geht und ich meine eigene Strategien gefunden habe, äh, um ein, zwei Depressionsleutchen. Ich habe da Dinge gesehen. Äh, da kann ich zwar nicht sagen, dass das okay war, äh, was damals 2015, 2016 passiert ist. Das hat er allerdings auch seine Gründe und daran war meine Liebste auch nicht ganz unschuldig. Aber trotzdem, äh, ich sag mal, als ich bin derjenige, auch wenn das 1, 2 ganz besondere Vögelchen nicht kapieren werden, ich bin jemand, der wirklich die Schuld eher bei sich selbst sucht als beim anderen und erst, wenn es sich wirklich erweist, äh, dass das Gegenüber schuld war, dann, ja, dann bin ich mir aber auch nicht zu schade, die Schuldzuweisung volle Kanne zu bringen. So einfach ist das. Äh, lass mich mal schauen. Das sieht doch schon sehr gut aus. Oh, 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 das sieht, äh, warte, wo ist der unvollständige Stack? Oder habe ich jetzt gerade auf den Punkt? Ne, da liegt schon was. Ja, da liegt auch was, aber das soll mir jetzt egal sein. Zwei Brocken, äh, zwei Brocken dünnisch ist, da, äh, da scheiße ich mich nicht für an. So, ähm, war das hier, war das hier, nö, das ist eher Gefahr. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, also, äh, versuche ich mal den, ja, hier tröpfelt ist, das muss hier vorne sein, so da, und, äh, ich hole noch mal Grütigkeiten aus dem Schrank. Äh, was wird zu tun, Kollege? Warte mal, äh, ich packe mal den, den doofen Stein hier rein, der gar nicht doof ist. Ich war doof, und, äh, geh mal her und mach mal den hier, äh, ja, und dann packe ich hier noch das Eisen rein. Was kann ich denn noch mal wegschmeißen? Das würde ich auch gerne mitnehmen. Äh, wie lange braucht das hier oben? Das braucht, ja, ich weiß, Blast Furnace, das heißt Blast Furnace, aber ich sag gerne Blast Furnace, weil, äh, das blöde Verdächtigungen, äh, schürt. So, guck mal, diesmal habe ich es geschafft. Guck mal die Tür hier zu, Digga. Äh, nein, äh, doch, ja, 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 ja. Ich hatte gerade mal wieder einen Hirnlapsus, das kommt öfter mal vor, auch genannt Gehirnlapsus. So exakt noch ein Kaffee, äh, nicht mal einen halben Liter. Ah, Kackmoforsch, Mäusen. Ja, heute habe ich gar keine bösen Worte für den Kackmoforsch übrig. Ja, der Gang hier, der wird auch mal irgendwann schön. Irgendwann. Alles wird irgendwann. Ja. Und wenn es nicht wird, dann wird es eben nicht. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, wenn in ca. 50 Jahren, wenn, ja, also in, äh, 46 Jahren, wenn ich 100 werde, wenn ich dann mal, äh, vielleicht den Löffel abgebe, dann wird sicherlich in der Let's Play-Welt, die ich dann habe, äh, die immer noch dieselbe sein wird, einiges unvollendet bleiben. Hm, da bin ich mir sicher. So. Und wir gehen jetzt wieder rüber ins Hafendorf und machen da weiter. All das heute unsere Hauptlokation ist das, was ich jetzt gemacht habe. Das ist einfach nur, ja, eine Benennung, eine Benennung haben wir noch. Eine Benennung, wir sind doch hier nicht im Kloster, ähm, ich hoffe wirklich, dass bald die Pause kommt, denn, äh, Leute, es passiert. So. Äh, ich hätte heute so gerne einen Weg weiter in Richtung Netherfestung gebaut. Ach ja, heute habe ich Let's Play Together geschnitten, wo wir in der Bastion waren und ich habe mich ein paar Mal versprochen und gesagt, es wäre ein, es wäre eine, ähm, eine Stronghold, eine Netherfestung. Ich kann mir schon vorstellen, was das für Reaktionen hervorrufen würde. Also, natürlich nicht bei dir, ne? Wow, ruckel, ruckel, ruckel hier. Okay. Ähm, ich bringe mal ein paar Sachen in die Schatztruhe, äh, in die Schatzkammer, äh, vom Hafendorf. Ja, die gibt es ja schon. Oben im Lagerhaus. Alter, was bin ich froh, wenn ich hier hinten nicht mehr rum muss. Und wisst ihr was, dann bauen wir erstmal den Leuchtturm fertig. Denn der wird heute fertig, äh, hier mit dem Arkanen-Institut, glaube ich, eher nicht. Vielleicht setzen wir uns dann an die Fischerhütte. Mal gucken. Oh, die müssen weg. Obwohl, also vielleicht die Eingänge nicht, aber ich würde gerne ein paar Ranken hier so an den Sachen, wo halt, äh, es nicht weiter wichtig ist. Auch hier die Gitter können gerne verrankt sein. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm. Ah, Digga. Okay. Schnauze Dorfbewohner. Äh. Ach, der steht immer noch hier oben, der Vogel. Äh, das ist mein Schatzmeister. Äh, ich werde ihn aber trotzdem irgendwann mal umbringen müssen, weil, äh, der, äh, uns hier Spawnpotenzial Cloud. Digga, gibt gleich eine Schaufel ins Gesicht. So. Ich habe heute extrem gute Laune, aber, äh, alles hat seine Grenzen, Digga, ne? Siehste. Gut, ähm, ich muss mal gucken. Okay, wir brauchen eigentlich eher polierten Granit. Ähm, davon haben wir aber auch, glaube ich, welchen? Alter, ich mach gleich zurück. Äh, polierter Granit. Haben wir hier. Gut, ähm, wir brauchen aber wahrscheinlich auch Glas. Gibt es denn noch Glas? Eher nicht so viel, aber wir haben Sand. Also, gehen wir mal rüber zu den Öfen, die hier so auf weiter Flur stehen. Und packen da einfach mal ein 64er Sand rein. Das sollte genügen, um es genügend Glas zu bringen. Ist hier irgendwas im Glasverlust? Jo, sieh, süß da. Gut, noch mal in die Schatzkammer. Einmal ist nicht genug. Äh, äh, und, äh, wie sieht es aus? 59, okay. Ich muss noch drei Minuten aufzeigen. Es ist so scheiße, wenn es passiert, Digga. Ähm. Aufs Maul. So. Wie kommst du hier hoch? Dann geh ich da runter. Gut. Mach ich das jetzt noch mit vollem Gebläse, da einmal hochzusteigen und, äh, warte. Ich brauch da ja sowieso noch andere Sachen dann. Hin und her, vor und zurück, rein und raus. Ja. Natürlich. Ähm, ich kenne da Leute, die werden behaupten, äh, dass sie das alles im Kopf behalten hätten. Äh, was ich jetzt machen wollte. Halt mal, damit nicht gleich wieder Scheuse passiert. Äh, wie draußen. Hä? Ach, den Steinschneider habe ich jetzt oben. Äh, weißt du was? Davon lasse ich mich gar nicht beeindrucken. Und wir machen das mal auf die traditionelle Art und Weise. Kack auf die Puristen. Ähm, halt, stopp. Kack auf die Puristen und, äh, Besserwisser. Wer erinnert sich noch daran, dass man dieses hier machen konnte, anstatt einen Steinschneider zu benutzen? Nur die Elite weiß das. Der Rest sagt. Ich weiß nicht, wie man das ohne Steinschneider macht. Außerdem ist das falsch und illegal. Spätestens seitens den Steinschneider geht. Jo, ist schön für dich. Nicht zu wissen. So, äh, da fehlt auch noch eine Platte. Warum ist die da nicht drin? So, super. So, und dann, damit ihr ganz sicher ist, hauen wir hier mal einen Boden rein. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt nicht einen Abzug mache. Äh, äh, ah, ja. Also, dann mache ich das hier noch, ähm, zumindest ein bisschen. Okay, äh, das wird lustig jetzt hier. Ich habe heute irgendwie so einen, so einen, so einen komischen blurry Blick irgendwie. Okay, hier fällt mir ja nicht, wenn man sowas hier macht. Ja, ich weiß. Vor allen Dingen, was ist denn so schlimm daran, wenn man in Minecraft stirbt, ne? Du nimmst das Spiel zu ernst. Ja, ähm, das sagen ein paar Leute, äh, die auf der anderen Seite es illegal finden, ähm, sogenannte Deko-Blöcke für andere Dinge zu verwenden. Für was denn auch immer. Oh, mein Bauch knurrt. Das ist ja mal scheiße. So, ähm, ja, dann haben wir hier noch Leitern. Das hatten wir lange nicht mehr. Äh, äh. Finde ich die da unten irgendwie herangetockert. Das müsste doch gehen. Nö. Gut, dann. So. Und dann haben wir den Zwischenboden auch noch rein. Und dann verabschiede ich mich von euch für diesen, diese Folge. Und, ähm, ja. Gut. Kann man jetzt Honky Island von hier aus sehen? Ich wollte ja eigentlich, dass man Honky Island von hier aus sehen konnte. Nö. Nope. Äh, ein paar Bäume davon kann man sehen. Okay. Meine Guten. Ähm, es passiert. Ich sage euch, äh, einfach mal, ciao mit, äh, Havi Hafendorf. Bis übermorgen. Ihr habt euch wohl. Äh, wir sehen uns. Bis übermorgen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.